einen wunderschönen guten tag mir ist langsam kalt ich stehe hier mitten im freien und es schneit und so weiter ja hinter dieser tür haben wir in der letzten frage schäfer getroffen und ja der liegt nun da und kann nicht mehr so und elena und ich wir haben uns auch getrennt ich soll zum turm und sie geht einen anderen weg ja so sind die frauen sie müssen sich immer drin ich muss dann wohl wieder runter hier komme ich nicht durch hier liegen zwei panzerfäuste naja ich habe erstmal lieber für hier ich schaue mal wie hier wieder zurück kann hier noch eine granat damit warum nicht gut die ist dann voll so hier bin ich eigentlich reingekommen aber da komme ich jetzt auch nicht mehr raus oben wie an die tür war ja auch zu gut hier unten geht es nicht dann muss ich wohl da durch die öffnung irgendwo her denn bei den ganzen türen die hier sind kann ich keine einzige öffnen da komme ich nicht hoch oder mit einer panzerfäuste was öffnen aber dann gehe ich erstmal noch höher komm ich da hinten irgendwie rüber das ist auf jeden fall zu breit dann habe ich da mich irgendwo dran hängen kann das ist zu breit was da blinkt was da oben blinkt was na super immer noch ok dann kriegen wir da nichts runter oh ne das ist ein Seil das ist auch zu weit weg das ist auch eindeutig zu weit weg wie komme ich denn da hin das klappt doch niemals das ist auch ok da muss ich sagen guck mal das sieht echt viel zu weit aus von hier komme ich auch nirgends rüber ne geht nicht ok da habe ich mir gedacht dass ich mich da nicht festhalten kann ich habe ja hier die tür ist sozusagen auch nicht denn hier anfangen muss dann ok gut das sagt zwar anders aus aber doch gut geklappt da ist der turm das war noch ein vogel und zwar jürgen ok er geht wieder zurück hallo ich wollte ich auch erst mal von hinten dann ebenso so ok der hat auch noch zwei habe ich ja noch gut da habe ich 6 6 habe ich gerne also kugeln hier im ding moment so besser wie zwei ähm das geht nicht auf das geht auch nicht auf sonst wird nicht alles für komische gebäude ok jetzt muss ich da wieder hoch oder so ja und wie ist das nie liegt sich gut da ne ähm die tür geht auch nicht auf was ist denn hier los ach das war zum kläger ja 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 nein da gibt es noch weiß da oben so ja 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 Okay, dann eben hier. Gut. Na dann. Verdammt, worauf schießen sie? Scheiße! Achtung! Die Dächer! Hm. Oh. komischen affenwesen das ist doch von weg oder die sind doch von weg ich kann es ja nicht mehr sagen ich weiß es ja selbst nicht okay kann ich auch macht doch nix okay ich denke mal ich muss ja keine ahnung ich bin mir zum baum aber vielleicht auch noch was sagt du stimmt was hier hinter oder nein da geht es nur tief runter okay nix da was ist denn das hier für maler baum gut rechte nachrichten okay ich habe vorhin wieder sechs kugel ok also und granatwerfer war dinge granaten raketenwerfer also panzerfaust da ist noch einer hier alleine die drücke und drücke und drücke ob da und da Prozent Prozent und entdeckte Ballertmann man hört was am die oh du bist ein kein flower hier du bist Alter, was kommt denn hier so für Gegner an, ey? Oh Gott, noch so einer. Du bist aber richtig gepannt. Wenn der da schon 4, 5 Granaten aushält, ey, äh, da komme ich nicht rüber, falle ich höchst ins Loch ein oder so, hm, okay, versuche ein, ach, komm, ey, wieso kann er sich da gar nicht festhalten. Gleich zwei dicke Dinger sind da hier, das ist unglaublich. Einmal, und zweimal, und dreimal, viermal. So. Genau, finde ich ihn. In Ordnung. Aha. Oh Gott, da kommt einer. Ja. Oh, na. Toll. Da hab ich vom Kollegen gelungen. Alter, ist da schwer, ey. Kann du dich nicht richtig kloppen, weil dann der andere noch da kommen, ist ein schweres Gewehr, ey. Und. Eins. Oh Mann. So. Gib mal her das dicke Ding, Mann. So, jetzt hab ich auch ein dickes Ding hier. Hallo? Ah. Was? Äh, was? Wie? Wo? Warum? Ja. Oh. Oh, noch einer. Äh. Und geht doch. So. Kann doch nicht wahr sein. Hä? 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 Ich hab ein dickes Ding zu tragen, das ist ja unglaublich. ok hier komme ich ja wieder runter ich komme von oben runter und dann geht nicht geht nicht zwei granaten dann bin ich auch wieder hier das ist ein ding ich komme von oben runter aber dann geht es nicht weiter ok wo muss ich denn da jetzt lang dann komme ich nirgends hoch hoppala hopp ja genau komm doch da so nun da runter da geht es nicht weiter da geht es auch nicht weiter hier ist die tremme wo ich noch ganz unten bin da merkwürdig oder ich kann da weil ich da nicht rüber oder was ne hä kann oben nicht ich kann hier unten wo soll ich denn da hin ok was habe ich übersehen ach ist ja schon wieder mitten in der nacht und Philo vor 2 heute am 2 4 ähm durch die fenster da uah ne ist klar ok warte mal warte 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 ok dann vielleicht so ja ok ich habe mich gefunden ach da oben blinken wieder was ne nicht damit was ist denn diesmal ja vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen mich warnen du wusstest von diesen viechern wann wolltest du mir das sagen komm ihnen einfach nicht in die quere ok ok gut dann kann ich auch hier gleich die folge beenden waa ja ok da oben lang gut ich würde mal sagen das mache ich dann in der nächsten folge ok und dann mal sehen wie es weitergehen mit diesen kommenden schickern hier also dann bis zum nächsten mal machs gut und bye bye